Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Spiegel-Keller-Update. Heute mal im Bett, da seht ihr, im Bett bin ich, denn ich habe, denn ich bin gerade erst von Fluff nach Hause gekommen. Ich wollte es eigentlich schon gestern aufnehmen, hatte aber gar keine Zeit. Jetzt kommt mal der Tätig so neben mir, da sieht man ihn vielleicht sogar. So, im Nacken, da liegt seit 18 Jahren in meinem Bett, und mich stüttern wenig. Er fliegt sowieso irgendwie mal hin und her vom Bett. Man liegt unten, man liegt da oben und irgendwann hebe ich ihn mal auf. Okay, so, ich wechsle mal die Hand. Okay, ich mache das jetzt einfach mal so. Sieht auch viel besser aus, ich muss das jetzt einfach oder so halt. So, kurzes Statement, kurze Information, es wird diese Woche immer noch nichts von mir kommen. Erst nächste Woche fängt es an, also am Montag geht es jetzt also wieder richtig los für mich. Denn, ich bin komplett müde. Denn, ähm, ich habe jetzt keine Lust, irgendwie da was zu machen. Ich werde jetzt noch ein bisschen Smile aushelfen mit Thumbnails machen, und das war es dann eigentlich schon. Ich möchte dir nochmal Danke an Smile sagen. Danke. Danke, dass du die Woche was hochgeladen hast. Ich habe bei Fluff ja auch noch die zwei Videos geändert, die auch kommen. Das ist Not a Hero, und dann kommt auch ein random Video, das, ja, 18 Uhr kommt. Oh Gott. Sonst ist eigentlich nichts weiter. Äh, außer dass das Kanal-Update heute in Bad Edition ist. Ja, mehr kann man halt einfach nicht dazu sagen. Äh, Informationen weiter gibt es gar keine. Äh. Uh, außer dass ich da komplett müde bin doch. Ja, ich möchte eigentlich bloß hier nochmal Danke an mein Team sagen. Danke an mein, an mein Team. Ihr seid geil. Ihr seid die Besten, ihr seid die Coolsten. Ihr nehmt euch Zeit für eine Sache, die... ...sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. So kann man das sehen. Oh. Oh, warte, heute ist Samstag, ne? Ja, stimmt's. Oh Gott. Seht ihr das? Ich, ich habe Urlaub und... ...ich habe Jetlag. Oh Gott. Oh, 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 oh. Verzeihung, dass ich noch ein bisschen müde bin, aber... ...es ist es normal, wenn ich im Bett liege. Okay. Ich würde sagen, das war es dann vom Kanal-Update an dieser Stelle hier. Und... ...ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.